Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gucken wir uns A Place For My Head an. Neben Pushing Me Away wirklich eins meiner absoluten Highlights. Deswegen viel Spaß, A Place For My Head, Linkin Park, live in Texas. Let's go. Ja, man wischt ja den Schweiß vom Gesicht. Wenn Leute schwitzen, bin ich sowieso ein Fan von. Wisst ihr mal, wie ich mich hier gerade fühle. Gefühlt in der Sauna. Geil, ey. Alright. I promise you this, though. We're gonna make these nice and heavy for you guys in the pit. We make this nice and heavy for you guys in the pit. Gute Ansage auf jeden Fall. If somebody falls down in the pit, you pick them up, okay? Get them out of the way. And you guys can have some fun. I want to see the biggest pit I've ever seen. Ich liebe ja diese Drums. Ich fand das schon bei Rock am Ring 2004 einfach krass, ne? Wie das einfach klingt. So simpel und doch klingt es einfach so kraftvoll. Wäre ich großer Fan von. We've got it on camera and everything. This whole section right now. If you don't want to be in the pit, you better get out. You better tell the dude with the camera, that he's right in the middle of the pit. Because this thing is going to be 50 feet long. All of you! Ich muss mal sagen, dieses Somewhere I Belong Meteora Bühnenset, das sieht einfach zu geil aus. So einen richtig coolen Comic-2D-Effekt, was unfassbar krass ist. Totalen Wiedererkennungswert. Das klingt einfach wie so ein Auto irgendwie, ne? Wenn die Reifen durchdrehen oder wie wenn irgendein Vogel kreischt. Das ist richtig cool, ey. Das passt richtig gut rein. Unfassbar krass hier von Chester. Boah, ey. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Das ist einfach so geil. Diese Rhythmik, das catcht mich einfach jetzt schon. Dann wird es leise. Und dann kommt der Drop. Geil, ey. Das feier ich. Oh, dieses Sick, Sick, Sick. Das gefällt mir. Ich muss aber wirklich sagen, das Einzige, was ich hier wirklich kritisieren muss. Und das stört mich wirklich extrem. Dass dieser Song hier nicht auf der CD-Version ist. Also das ist wirklich ein Crime. Das ist eigentlich ein Verbrechen. Das ist eigentlich ein Verbrechen. Er ist einfach, Chester ist einfach besessen. Wir brauchen einen musikalischen Exorzisten. Wie viel Power und Energie, der da reinsteckt. Das ist unglaublich. Ich habe das gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist einfach so krass, wie Chester hier schreit, die ganzen Töne trifft, wie rough, hart das klingt und Rob spielt die Drums, unfassbar hardcore, also das ist wirklich badass, also geiler kannst du wirklich nicht spielen, unfassbar, unfassbar, das ist wirklich krank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Diese schönen Gitarren, aber ich kann es verstehen, muss so viel Adrenalin im Körper haben, unfassbar, wundert es mich nicht, dass sie nicht noch etwas anderes kaputt gemacht haben, boah, das ist wirklich krass, holy shit. Vor allem da, da kommt doch noch ein Song, oder nicht? Zerstören einfach mal alles, boah, boah, das ist wirklich krass. Ich weiß nicht, ob ich die Rock am Ring 2004 Version nicht ein bisschen krasser noch finde, aber das ist wirklich, holy shit, unfassbar gut. Wenn euch die Reaction gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, einen Kommentar, ein Abo, sagt mir, ist das die beste A Place for My Head Version? Ich bin wirklich interessiert, falls ihr noch eine andere Version kennt, die ich nicht kenne, könnt ihr mir einfach unten den Link reinposten, dann check ich das ab. Und ich danke euch wirklich sehr fürs Zugucken. Macht's mal gut, habt einen schönen Tag, meine Freunde, und Peace.